Ja, hallo Leute, hier wieder euer Tozo mit einer neuen Playlist, nämlich die Elder Scrolls V und Skyrim. Für Leute, die mich kennen, die wissen ja, wie ich diese Games zocke, nämlich langsam und genau. Und diejenigen, die erst dazugekommen sind, die werden das jetzt dann sehen. Ja, wenn ihr noch Anregungen habt, schreibt in den Kommentaren, während ich das noch zocke, kann ich da noch Änderungen vornehmen. Ansonsten wünsche ich euch hiermit viel Spaß, haut rein und ja, wir sehen uns gleich wieder bei Skyrim. Wünsche euch noch einen schönen Abend, euer Tozo und tschüss.